neue spiel neues glück die fahrer bleibt hinten das war ja saugut der tor was ist in der tor ganz locker in jedem zu locker genommen hat den habe ich zu locker genommen das war jetzt ein guter stadt ja was macht es mir wissen jetzt nicht vorgefahren und zeitlich bis seitlich muss immer vorfahren ja aber zeitlich muss immer vorfahren wenn du zeitlich bist oder ja ok dann hat es unser tor geschossen gleich jetzt haben wir ja wieder gleich passt schon ja was der vorlage gemacht und dann hat es schon ein tor gemacht ich bin zeitlich bis muss immer vorfahren nur wenn sie hinten bist ist ja die frage wer immer vorfahrt gut sie vom fall noch mal rein ist der ball unter mir durchgerollt unter meinem flug wir haben einen guten spieler drinnen auf jeden fall vielleicht gut rum habe ich gesehen du auch gut ist das war der andere schon wieder gewonnen sind wenn man super spieler ja ja die geben gleich auf ja ich war schlecht nur ein schuss gemacht ich habe die punkte gemacht ja dann gehen wir mal zurück zum hauptmenü ja das war jetzt kein richtig spiel nur mal spielen zwanglos weit warm gelaufen ja die jetzt schon aufgeben mit wenn sie nur knapp mit 2 1 hinten sind okay du bist vorne gell du fährst ich bleibe hinten mal rein flanke jetzt ist keiner da in der mitte und und generell muss ich selber erschossen ich bin weg wer wegschubst und da macht eigentor aber bei 20 das war jetzt richtig gefährlich wenn wir mal gemacht haben ich habe jetzt eigen gut sie fünfer noch mal rein. Die hat mich jetzt auch wirklich saublöd angeschossen, weißt du das? Ja, das war jetzt nicht so toll. Scheiße, was machen wir denn schon wieder? Weg damit, der gehört weg. Ja, was sind das scheiß Handy-Briebs dauernd da? Ich hasse es. Tobi, gut. Jetzt sind wir in der Führung, aber wir müssen es noch halten, gell? Wir müssen es ja noch halten. Ja, 3.0. Ja, das ist schon. Ja, das ist schon. Super-CD-Diablo-Diablo hat das gemacht. Aber schlecht sind wir trotzdem. Also ich spiele schlecht heute. Du bist ja immer schlecht, genau. Vergleich zu dir bin ich immer schlecht. Der schütt mich jetzt von meinem... Ja, kommt immer weiter. Ja, macht's ja mal ein Block-Spiel. Ja, und was macht's? Er gibt nach von euch beiden. Nein, niemand ist stärker. Ja, ich schüsse wir in das noch mal in die Tür. Wer braucht denn nur einer hupfen? Wer braucht denn die Macher? Dann geht's doch. Nein, wir haben geguckt. Einer ist zwischen reingegangen. Ja. Ja, genau. Jetzt fahrst vor. Oh. Oh, oh, oh. Ja, machen wir gleich wieder eins, oder? Ja, oder warum können wir gleich mal ein 5-2-1? Ja, ich schüsse ich jetzt mal ein 5-2-1. Tobi, super. Ja. Ein Schützenfest. Ein Schützenfest. Ja, aber das sind leichte Gegner, gell? Da ist jetzt wirklich kein Problem, gell? Die haben... Ja, ich sag... Ja, aber da... Das war ja richtiges Gequetsche da jetzt, da vorne. Jetzt geben sie auf, total. Ja, der andere macht das Schützenfest. 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 Wahnsinn, ne? So, haben wir schon lange nicht mal. Aber die anderen sind ja echt miserabel schlecht, muss ich ehrlich sagen. Nein, da habe ich nicht so geschossen. Ja, Vorlage wieder gemacht, aber... Neun, das schaffen wir ja noch Zehne, ich auch noch. Der andere macht Tore unendig, gell? Dieser super Diablo. Nehmen wir die Vorlage gleich hin. Ops. Jetzt weg einmal damit. Das ganze Gebolze mein Ende hat da. Verschüsst mich da da an. Ja, gruuuutzi wuuutzi, was machen wir denn für ein Schmarrn? Ja, war das nichts. Jetzt polzt man schon wieder ganz schön vom Tor herum. Ein Zehntel war jetzt schon nicht schlecht noch. Ah, gruuuutzi fünferl, jetzt habe ich nicht mehr ganz getroffen. Jetzt habe ich auch das Polino, den Zehntel. Gruuutzi fünferl, jetzt machen wir kaum mehr. Oder wer weiß. Ich glaube nicht, die Zeit läuft uns davon. Na ja, das passt. Ein paar Verlagen habe ich gemacht, aber Tore haben wir wenig gemacht. Der hat von uns zwei Tage gemacht, ja. Der Gordi Spieler war der andere. Ja, oder? Der Rocket Rocky. Ja, dann gehen wir mal ins Hauptmenü, oder? Nun wieder. Der Bidenten.